willkommen zurück so weiter geht's jetzt müssen wir hier vorne irgendwo ja und schön hast du ja gewillig hier ein magegill von rüften kam nach rüften noch weiter aber statt konnte ich doch wieder zu legen und so weiter und so fort am törer in grad wald das hier genau draußen ja genau weil man gleich so dass sie draußen das stallmeister ist natürlich zuerst bin ja ja wo ist der stallmeister das meistens mal draußen noch zwei dann haben wir die qualität komplett das ab in der stadt magiergilde müssen wir ja na wo ist er denn wird das ist hier doch oder ist auch doch immer eigentlich so vielleicht sind weitere nachforschungen von rüften in gemeintriften war von skyrim dahinter ist renners haus noch einmal schnell hin rennst du renners haus ja schlecht der witzig weiß das klingt gar nicht gut ja ja ich bin das genau bei so war auch lupus wisse denn da ist er schimpel punkt wieder und schwarze hand es tut mir leid ja erst ich treffe euch hinten unter dem anleger macht die waldelfe mit zöpfen die lini schafer hat die dunkle bruderschaft ja hatte dies ist überall die gruselige ddr dame ist zurück schmeichelein sagt so ja kaiserlich kranisation ach guck mal an da beginnt doch ob libyen was hier übrigens auch noch nicht planen möchte aber sehr viel später eine sorge die kaiserliche kanalisation schick ja machen wir platt hier ich denke mit mir kann man eigentlich gut auskommen so haben wir hier lang ich hoffe ihr seht so ja auch ich hoffe ich auch man sieht aus als wäre der orden der erwachenden flamme zuerst hier gewesen verdammt das ist ein man das ist ein was das für ein orden klinge gar nicht erwachende flamme und vielleicht noch geheime kaiserliche anlage über mhm gehen wir den kultisten aus dem weg solange wir können nö warum dieser spex eine rühne zauber zerstören was finden wir da eine rolle ein stück wieder der wüste war in halb voll mir ganz ruhig das tagebuch von kaiser leowick kaiser leowick schrieb darüber doch es ist nicht verschlüsselt wenn diese berater das geheimnis kennen ist ihr leben in gefahr habe ich dich gebracht nein also so so war eigentlich hier noch und weißt dem fürsten von feuer und flut euren wert und halt ein echtes portal wir haben ja schon dabei ich bin doch schon dabei ganz ruhig meri so wir zeigen totenländer feiertaufe totenländer war mal glaube ich schon gewesen aber habe ich vergessen ja 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 komm erstens kommt da ist nix ist intensiert ich sehe nicht mehr ein spieler ich glaube das sieht nicht gut aus weinfühlt sich mit der geld ach guck einen an kurzen prozess mit den kultisten aber bei mir ohne es da aber bin ich mir da nicht so sicher hier bin ich hier bin ich gucke mir sowieso nicht weg weiter geht da sind ja da sind ein ohr grün ach was schön war krise schocken puls jetzt geht's in meiner nase nach hat sie drache ist kein skyrim ist eh so und nicht nach eurer mutter ein ohr grün die drafetzen soll ich langsam da sein und die droht da hat ein bisschen was auch noch ein bisschen nein will ich nicht umbringen aber die machen sich und als bringer in schielen er wusste denn ein schwarzer woche das ist hier das ist aber ja auch mal dafür bei schicken klagen sich gerade beim war ach ich will sie denn von mir das war schon ja ich habe schon ab das war nicht mehr das war irgendwie sehr einfach immer schon zu einfach wie ich sagen so rund ja ja und tschüss wir will ich habe fall hallo jesus am letzt gegen schutz zauber ja dann such mal richtung andenken ok aber ich will irgendwie nicht benutzen das amulett oder so nein 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 natürlich nicht wir auch noch ok wieder ein andenken ja wir sagen das was den folgen dann sehen wir uns in nächsten folge geht es weiter mit eh so ist ein schönes duuuh